Lege Distanz mit Fahrzeugen zurück. Insgesamt müssen wir da 1000 Meter mitten in einem Fahrzeug zurücklegen. Was für ein Fahrzeug ihr euch dann nehmt, ist total egal. Fahrzeuge selber können wir wie hier zum Beispiel am Straßenrand finden, aber auch an Tankstellen. Zum Beispiel hier an dieser Tankstelle, ich markiere euch die mal kurz. Dort haben wir immer ein Fahrzeug. So wie wir hier sehen, haben wir hier ein Fahrzeug. Schnappt ihr euch dann einfach. Dann fahren wir unsere 1000 Meter einfach ab. Und sobald wir die 1000 Meter runter haben, ist der Auftrag auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns im nächsten Clip. Ciao!